Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe der Kieselmann Werkstatt. Zu meiner Rechten steht der Alexander Hauser und wir sprechen heute über das Regelventil und der Alex erklärt uns ein bisschen, was unser Regelventil so besonders macht. Hallo, unsere hausinternen Entwicklung hat jahrelang an dem Regelventil und an dem Regelkegel geforscht und analysiert. Wir sind sehr viele Versuche gefahren, haben ausgewertet und sind an einem Punkt angekommen, an dem wir für jeden Kunden individuell auf seine Bedürfnisse den Kegel auslegen können. Okay, super. Das heißt, wir haben das Know-how, wir haben vordefinierte Regelkegel, die dann in Verbindung mit dem Ventileinsatz der Dichtungsart oder der Abdichtungsart und der Nennweite zusammenspielen und wir so kundenprozessorientiert ein Ventil auslegen können. Da hat man dann den Durchflusskoeffizient, den der Kunde wünscht und kann man ihn dann auch anbieten. Nochmal kurz zur Dichtungsart. Wir dichten zweierlei ab, also auf zwei Möglichkeiten kann man abdichten. Einmal elastomer oder metallisch. Okay. Und das Regelventil als solches ist wie bei uns am Einsatzventil modular aufgebaut. Ja, das bedeutet, der Ventiltyp, das ist ein Kitzventil, hat sich jetzt bei Ihnen im Prozess irgendwas geändert. Müssen Sie jetzt nicht das komplette Ventil tauschen, sondern wirklich nur den Kolben und den Einsatz. Dann will ich das hier geschwind am Schnittmodell zeigen. Man löst die Klammer, tauscht den Einsatz, tauscht den Kolben und schon kann es wieder weitergehen. Und das Gehäuse ist dann auch ebenfalls ein Kugelgehäuse. Genau. Vorteil, keimfrei, todraumfrei. Und wie sagst du denn dazu? Hygienic Design. Genau. Okay, super. Alex, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für die Erklärungen. Danke auch. Ich hoffe, Ihnen hat es gefallen. Wir konnten Ihnen das Regelventil kurz vorstellen, wenn Sie gerne mehr Informationen möchten. Sie können gern den Vertrieb kontaktieren. Wir lassen in der Videobeschreibung ein paar Links für Sie da. Sie können auf unsere Homepage gehen und wir freuen uns, wenn wir Ihnen ein Regelventil auslegen können. Wenn es Ihnen gefallen hat, liken. Vielen Dank. Danke.